Ilsede ist eine Gemeinde im Landkreis Peine in Niedersachsen. Die Einheitsgemeinde Ilsede ist im Südkreis Peine ein Grundzentrum für Wohnen, Handel und Gewerbe, Geografie. Die Gemeinde Ilsede liegt in der Ilseder Lössbörde, einem Teilraum der Braunschweig-Hildesheimer Lössbörde mit sehr guten Schwarzerde-Lössböden, die Grundlage für eine intensive landwirtschaftliche Nutzung der Region sind. Gemeindegliederung die zum 1. Januar 2015 durch die Fusion der bis dahin bestehenden Gemeinde Ilsede und der Gemeinde Laarstedt entstandene neue Gemeinde Ilsede umfasst folgende Ortsteile. Die Nachbargemeinden von Ilsede sind Geschichte. Im Gebiet der Gemeinde Ilsede findet man die am besten zugänglichen Grabehügel im Südwestbereich des Pöltenerholzes. Sie liegen von dem Weg der von Großpölt nach Rosenthal führt nur wenige Schritte in den Wald entfernt. Ein kleiner Waldweg führt direkt zu dem alten Grabfeld. Obwohl auf den Grabehügeln inzwischen zum Teil mächtige Bäume gewachsen sind, sind die Grabstellen noch gut zu erkennen. Am Waldrand weist ein Findling mit der Aufschrift Gräberfeld der Brossezeit ca. 1000 v. chr. auf den historischen Friedhof hin. Die Fundstelle gehört mit zwei weiteren im Herz und im Gräwig zu den geschützten archäologischen Kulturdenkmälern im Landkreis Peine. Während der Hexenverfolgungen gerieten von 1564 bis 1621 aus dem Gebiet der Gemeinde Ilsede 22 Menschen in Hexenprozesse, davon 17 aus Gadenstedt. Aus Großilsede wurden drei Menschen verbrannt und eine Frau aus Laferde starb unter der Folter. Das Schicksal eines Mädchens aus Laherstedt ist unbekannt. Die Betriebsaufnahme der Ilsederhütte im Jahr 1858 begründete für die Ilsederregion einen neuen, den industriellen Abschnitt seiner Geschichte. Bis dahin waren die Gemeinden dieses Gebietes rein ländlich bestimmt. Von nun an prägten Eisennetzbergbau und Hochofenbetrieb Arbeitswelt und Wirtschaft. Dennoch blieb die Landwirtschaft ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Die Gemeinde Ilseder als Gebietskörperschaft besteht bereits seit dem 1. Februar 1971. Noch vor der Gebietsreform in Niedersachsen schlossen sich die Gemeinden Bülten, Großbülten, Großilsede, Kleinilsede, Ölsburg und Solschen durch eigene Initiative zur neu geschaffenen Einheitsgemeinde Ilsede zusammen. Die bis zu diesem Zeitpunkt selbstständigen Gemeinden wurden durch die vielen Gemeinsamkeiten bezüglich Eisennetzbergbau und der Ilsederhütte bereits, vor dem Zusammenschluss weitgehend als zusammengehörig betrachtet. Im Jahr 2006 war Ilsede Ausrichter des Kulturfestes Tag der Braunschweigischen Landschaft. Am 10. Juli 2014 beschlossen die Mitglieder beider Gemeinderäte den bereits 1971 angedachten, aber damals nicht verwirklichten Zusammenschluss der Gemeinden Ilsede und Laarstedt als Name der neuen Gemeinde wurde ebenfalls Ilsede festgelegt. Seit dem 1. Januar 2015 umfasst die neue Gemeinde Ilsede also die Gebiete und Ortsteile der ehemaligen Gemeinden Ilsede und Laarstedt, Adenstedt, Gadenstedt, Großlaferde, Münstedt und Oberg sind somit seither Ortsteile der Gemeinde Ilsede. Politik Der Rat der alten Gemeinde Ilsede bestand aus 28 Ratsfrauen und Ratsherren. Dies ist die festgelegte Anzahl für eine Gemeinde mit einer Einwohnerzahl zwischen 11.001 und 12.000 Einwohnern. Die 28 Ratsmitglieder werden durch eine Kommunalwahl für jeweils fünf Jahre gewählt. Die aktuelle Amtszeit begann am 1. November 2011 und hätte am 31. Oktober 2016 geendet. Stimmberechtigt im Rat der Gemeinde ist außerdem der hauptamtliche Bürgermeister. Die letzte Kommunalwahl vom 11. September 2011 ergab das folgende Ergebnis. SPD 13 Sitze, CDU 6 Sitze, Grüne 3 Sitze, FBI 3 Sitze, FDP 1 Sitze, Piratenpartei Niedersachsen 1 Sitze, Die Linke 1 Sitze. Die Amtszeit des letzten Bürgermeisters der alten Gemeinde Ilsede Wilfried Brandes lief am 31. Oktober 2014 aus. Am 26. April 2015 wurde Otto Heinz Fröndt mit 50,97% zum Bürgermeister der neuen Gemeinde Ilsede gewählt. Bisherige Bürgermeister 1971 zu 1996 Otto Heinz Ullendorf 1996 zu 1997 Hans-Jörg Noack 1997 zu 2006 Werner Otte 2006 zu 2014 Wilfried Brandes seit 2015 Otto Heinz Fröndt Das Wappen der alten Gemeinde Ilsede zeigt einen goldenen welfischen Löwen. Groß Ilsede lag im Grenzgebiet des welfischen und des bischöflich-hildesheimischen Machtbereichs. Das spiegelt sich im Wappen der alten Gemeinde Ilsede wieder, das den Braunschweiger Löwen enthält, aber ganz in den Hildesheimer Farben gelb und rot gehalten ist, weil das Bistum Hildesheim als Territorialmacht dort bis 1802 herrschte. Dadurch die Fusion der alten Gemeinde Ilsede mit der Gemeinde La steht zur neuen Gemeinde Ilsede zum 1. Januar 2015 Die Wappen beider Vorgängergemeinden nicht mehr gültig sind, soll ein neues Wappen geschaffen werden. Städtepartnerschaften Kultur und Sehenswürdigkeiten Sehenswürdigkeiten auf Landeteich Groß Bülten-Adenstedt, Bismarckturm Oberg, Wasserturm Groß Laferde, Alte Kapelle in Bülten aus dem 15. Jahrhundert, Gelände der Ilseder Hütte mit dem Kugelwasserturm von 1921, Denkmal zur Erfindung des Rades, Auflandeteich Aussicht Adenstedt, Wasserturm Groß Laferde, Regelmäßige Veranstaltungen Laferda-Markt, einer der größten Krammärkte Norddeutschlands, der seit 1787 in Groß Laferde veranstaltet wird. Er findet jedes Jahr am letzten Mittwoch des Septembers und dem darauf folgenden Donnerstag statt. Volksfest Groß Laferde, jedes Jahr am zweiten Wochenende im Juli, Freitags Kranzniederlegung am Ehrenmal, Samstags 14,00 Uhr Eröffnung am historischen Wahrzeichen Wasserturm mit anschließendem Festumzug und dem traditionellen sonntäglichen Zeltgottesdienst um 10,30 Uhr und anschließendem Königsfrühstück ab 11,00 Uhr. In Ilsede fand alljährlich das Ilseder Löwenfest statt, das mittlerweile unter dem Namen Ilsederweinfest in Groß Ilsede gefeiert wird. Zudem findet jedes Jahr wie in allen anderen Orten der Gemeinde ein Schützenfest statt. So findet das Groß Ilseder Volksfest am 2. Juni Wochenende statt, das in Oelsburg am Wochenende um den ersten Sonntag im August. Wirtschaft und Infrastruktur, der Bergbau und die Hüttenindustrie bestehen nicht mehr. Auf dem Areal der ehemaligen Ilsederhütte wurde gemeinsam mit der ehemaligen Nachbargemeinde Laarstedt der Gewerbepark Ilsederhütte entwickelt. Bildung Gymnasium Groß Ilsede, Realschule Ilsede in Groß Ilsede, Grund- und Hauptschule Groß Ilsede, Grundschule Gartenstedt mit Außenstelle in Adenstedt, Johann-Peter-Hunde-Icker-Schule Grundschule in Groß Laferde, Offene Ganztagsschule Grundschule Oberg, Grundschule Löwenburg Ilsede in Oelsburg, Astrid Lindgren-Schule in Groß Ilsede, Förderschule mit Schwerpunkt geistiger Entwicklung, Janusz Korczak-Schule in Groß Ilsede, Förderschule mit Schwerpunkt lernen, Schule Ilsederhütte in Groß Ilsede, Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung, Persönlichkeiten, das heißt Personen, die hier geboren sind, Joachim Winzelberg, 1654 Pfarrer in Münstedt und Kirchenlieddichter, Ernst Christoph Böttcher, Kaufmann und Gründer des Königlichen Schullehrerseminars und Metzen, Johann-Peter-Hunde-Icker, Pädagoge und herzoglich-braunschweigischer Schulrat, Julius-Hunde-Icker, Lutherischer Geistlicher und Romanautor, Wilhelm Theodor-Hunde-Icker, Pädagoge und Philologe, Fritz Behrens, Industrieller und Philanthrop, Friedrich Kramm, Landwirt und Politiker, Reichstagsgeordneter, Wilhelm Klemann, Pädagoge, Politiker und Senator in Bremen, Paul Stegemann, deutscher Verleger, Bruno Brandes, CDU-Politiker, Wilhelm Baumgarten, Politiker, Wilbrandes, Schlagersänger, Gerhard Ahrens, Fußballspieler, Dieter Warzecher, Künstler, lebte und arbeitete in Groß Ilsede, Klaus G., Treutsch, Soziologe, Hartmut Möhring, CDU-Politiker, Uwe Schrader, Regisseur und Professor für Künstlerischen Film an der Universität Hildesheim, Erwins Kamral, Leichtathlet und Olympiateilnehmer, Persönlichkeiten, die in Ilsede gewirkt haben oder wirken, Friedrich Brandes, Lutherischer Theologe, Konsistorialrat und General-Superrintendent, Luise Rosendorf, Kochbuchautorin, Ewald Hecker, Aufsichtsratsvorsitzender der Ilseder Hütte und SS-Brigadeführer, Wolfgang Marzahn, Lutherischer Theologe und Autor, Rosemarie Tinius, Politikerin, Karin Miuska, seit 2007 Moderatorin der Tagesthemen, Aufgewachsen in Groß Ilsede, Erma Auguste Wittstock, Performancekünstlerin, Aufgewachsen in Uelzburg, Erma Auguste Wittstock, Vielen Dank.